Moin moin Leute! Heute mal nur mit dem Ringlicht. Mal gucken, wie es wirkt. Ich kann auch sagen, Alexa, mach Wohnzimmer an. Alexa, Wohnzimmer an. Kann ich auch machen. Alexa, Wohnzimmer aus. Alexa, Wohnzimmer an. Ich lass mal das Licht an. Und dann heißt es nur noch Moin moin und ein kräftiges Moin moin hinterher von eurer lieben Uhr. Heute ist mal wieder eine horizontally. Heute haben wir den du wischte wisste, was du wischte wisste, das war heute der viertel. Ich hab auch gleich meinen Schakerchen, einen wolf drauf. Selbstmchaslen, kaltes wasser. und dann suchen wir mal die vier und fangen wir auf der erste mal so nein, 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 nein hier ist der vier hier vorne da machen wir jetzt auf bitte eine Sorte, die ich noch nicht kenne bitte, 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 bitte nein, nein, es ist Himbeer, Zitrone nee, nicht Zitrone, Orange Himbeer Orange genau die Leute mag ich nicht aber ich werde Zitrone bringen nur für euch auch wenn ich es nicht mache nur für euch gucken, ob sich auch alles aufgelöst hat ja, machen wir das aus, bisschen länger hab ich das Gefühl das ist noch ein paar kleine wenn man so eine Minute schüttet 30 bis 60 Sekunden sollte das eigentlich gut sein noch einmal kurz warten gucken ja ist auch ein film oder so aber egal aber die hin wäre nicht so der ist nicht so meins der ist nicht so also also meiner meinung nach ist orange hin wäre ja dieser mit den dinger nicht so mein favorit aber es ist eine geschlags Sache die farbe finde ich gar nicht mal so schlecht leider 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 nicht so mein geschmack das ist was ist das jetzt es ist ein energy das ist ein energy aber man kann ja nicht immer alles mögen ich gucke mal wieder für euch rein wie viel Kalorien er hat ist nur ein bisschen hier drauf ein bisschen klein geschrieben und da ich ziemlich schlecht gucken kann ist es mal ein bisschen scheiße das ganze auf 100 ml hat 3,7 ich weiß schon kaputt gerissen kann ich nicht genau erkennen meine Brille ist ziemlich dreckig meine Brille mal wieder putzen also wenn man die Brille schon abnehmen muss um das zu lesen 18 Kalorien 18,7 Kalorien hat das ganze auch mal gesagt das ist nicht viel und ich würde mal meine Brille putzen und der ist lecker 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 und nochmal lecker äh ich meine Holy ist lecker Holy ist gut mir schmecks teilweise nicht alle Sorten und diese Sorte ist leider eine der für mich schlechteren Sorten aber die anderen Sorten hier drinnen können ja wieder bessere kommen in der 5 vielleicht weil diese Sorte ist nicht eine meiner Erdichtungssorten ne Wetter nicht also irgendwie ne die Kombi gefällt mir nicht also ne trinkt es aus weil ich das bezahlt habe aber davon würde ich mir jetzt nicht so eine Packung kaufen mit 50 mit 50 Heimatheim die da drinne würde ich mir nicht kaufen das sind 25 Liter von denen hier ne ne aber mir kann auch nicht mehr alle Spenden alle Sorten also heißt nur noch das war Tür Nummer bam 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 4 und schaut doch beim nächsten Mal rein wenn es da heißt ich mache einer wenn es der Tür auf oder zu einem anderen Video rein eure ehren uber